hi leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal mit dabei sind momo und steven wir bauen heute die größte wir bauen heute einen wolkenkratzer aus dubai aus dubai oder ja irgendein wolkenkratzer der alter jetzt fliegen wir erstmal jetzt gehen wir erstmal zum hauptthema hier hinten hin ich mache hier diese steine weg erstmal farmen hier wir brauchen auch holz ohne ende das holz geht hier so schnell weg wenn man so eine wolkenkratzer baut ist so krass beim letzten wolkenkratzer habe ich mindestens über die 1000 alter was ist das hier für eine rampe lol die hatten wir ja nie ihr habt irgendwie übertrieben gerade nein okay passt schon die gefahren dass wir es fertig schaffen ich habe es nur in kratzer allein so hier hoch bauen genau so so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, Leute. Jetzt zieht ihr die Base in 3, 2, 1. Boah, Leute. Schaut euch mal diese Base an, ey. Das ist ja nimmer normal. Das ist ja ein Töter hier. Das ist... Sagen wir, dass da oben ist Laser, Leute. Das ist eine Todesrakete. Oben sind die Lasertüren mit drauf. Die schießen Laser ins Weltall und töten alle Sterne. Dann ist hier die Zwiebel, der Kern, die Wucht von unten hochbläst mit dem ganzen Töteschutzgebiet. Dann werden hier von den Türmen 1000 Stromartikel... Keine Stromartikel vor allem. 1000 Stromartikel einfach da reingetan und dann wird alles ins Weltall geschossen. Übel krass, die Konstruktion. Hat auf jeden Fall auch... Ja, sieht auf jeden Fall mega krass aus und hat jetzt auf jeden Fall eine ganze Stunde gedauert. Habt ihr gesehen, wie wir es im Ding gebaut haben? Sieht auf jeden Fall mega nice aus, ey. Das ist einfach... Wow. Und die Türme sind auch so mega fett. Schaut mal. Zwei. Zwei dick. Doppelt dick. Zwei dick. Mega nice. Ist auch wirklich symmetrisch. Und Leute, jetzt schauen wir uns das mal von unten bis nach oben komplett ins Detail an. Bin wirklich gespannt. Alter! Momo hat da mega kranken. Zeig mal her, Momo. Zeig mal deinen Kleider. Oh, shit. Ist der gruselig. Holy shit. Ja, das ist die Aufgabe von von Hermes. Das ist die Endaufgabe. Da bekommt man den Zug. Okay. Mega nice. Leute, hier seht ihr den mega nice Eingang von Mr. Steven. Der hat den auf jeden Fall mega gut hinbekommen. Auch mit Dach hier. Und mit extra dicken Polsterungen hier. Und dann sehen wir hier die Eingangshalle. Die ist mega fett. Das ist die Lobby hier. Die hat eigentlich nicht viel zu bieten. Hier kann man einfach rumgehen und sich knien. Und hinknien und entknien. Was hat das zu bieten? Nein! Doch, es hat was zu bieten. Schau mal, es passt sogar rein. Es ist so groß, Leute. Es passt einfach eine Forge rein. Passt einfach eine Forge rein, Leute. Schaut mal. Eine Forge. Und hier sind natürlich die Treppen. Die Treppen sind höchstpersönlich von Mr. Steven gebaut. Schaut bei ihm doch vorbei. Er kann euch easy solche Treppen bauen, wenn ihr es nicht schafft. Ja, und dann sind wir hier im zweiten Stockwerk. Er baut auch hier nochmal fertig. Sie ist auf jeden Fall auch mega nice. Es ist auf jeden Fall noch mega hoch. Hier seht ihr die Forge. Die ist mega klein von hier oben. Oh mein Gott. Und wir können hier nochmal hochgehen. Das ist riesig. Und der Momo hat da einfach noch geilste Balkone der Welt schon mal. Er hat hier richtig geile Stützen hingebaut. Mit richtig geiler Überdachung. Richtig nice hier. Richtig verarbeitet hier. Hochwertig hier. Auf jeden Fall mega nice, Alter. Mega, mega nice verarbeitet, Momo, Alter. Auf jeden Fall sieht es so richtig krass aus. Schaut mal hier. Und dann geht hier so vor allem der Turm richtig hoch. Und stützt sich richtig an dem Balkon ab, Alter. Alter, das sieht übel aus. Hab ich selbst noch nicht gesehen. Weil ich hab mich nur aufs Hochbauen konzentriert. Nicht auf die Details. Er hat die Details so gut hinbekommen, Alter. Das sieht so krass aus. Das machen wir mal schnell, weil wir haben nur noch zart. Eine Minute, Leute. So, dann können wir hier natürlich wieder hochgehen. Wie gesagt, Steven macht es gut. Ja, dann ist man hier drin. Kann man außenrum wieder hingehen. Balkone gibt es hier jetzt nicht, oder? Doch, Balkone sollte es da... Nein. Gibt es keine, weil die passen immer hin. Aber wir haben jetzt was mega nice ist. Und zwar die Türme, Leute. Der Momo und Steven haben die gebaut. Schaut mal, wie geil die Verbindung ist. Hier so richtig fett hier. Wo man richtig fett hier so richtig geil kann. Man kann einfach durchgehen hier. Sieht mega nice aus mit so fetten Sachen. Ey, das ist so geil. Wo man einfach nochmal hier runterschauen kann. Sieht auf jeden Fall so mega nice aus. Und das ist natürlich, das ist bei allen vier Türmen rundherum mega, 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 symmetrisch halt. Mega gleich, also genau gleich. Und ihr müsst euch vorstellen, von oben sieht das voll klein aus. Das sieht aus wie so eine Todesgabel, ne? Die in die Welt alle so Laser reinschießt, ne? Und von da, Alter, das ist, vom Weiten sieht das so klein aus einfach. Und wenn man da drauf ist, das dauert Stunden, bis man durch ist. Dann weiter. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil die Zone ist schon recht schnell hier. Dann geht man hier hoch. Auch nochmal von Steven hier die Treppen höchstpersönlich gebaut. Auch mega nice. Hier wieder so ein Zwischenraum. Kann man auch wieder runterschauen. Hat Momo oder Steven gebaut. Keine Ahnung. Jetzt kommt die Soundkacke auf jeden Fall. So. Hier auch. Esser müssen das fixen. Ja. Leute, hier die Zwiebel. Die Zwiebel ist übel krass. War mega viel Arbeit. War auch sehr energieaufregend. Hier kann man auch wieder hochgehen. Die Zwiebel ist extrem groß. Der Stumm kommt, ist auch kacke. Aber zum Glück nicht so schnell. Und hier haben wir überall, an jeder Seite habe ich da solche Schutztürme gebaut, dass wir dann so rausschießen können, wenn irgendwas passiert. Die Zaun ist gleich da. Oh ne, die Zaun. Ne, wir haben noch Zeit. Vier Minuten. Da haben wir natürlich, habe ich hier überall gemacht. Und jetzt, Leute, müssen wir uns wirklich beeilen. Zum Glück, wir haben hier komplette Bäume abgefrast. Hier komplett alles weg. Und jetzt hat hier die Todesgabeln. Die vier Todesgabeln, die ein Weltall alles zerstören hier. Hier, hier seht ihr, da kann man überall reingehen und schießen. Und hier, überall richtig geil mit den Dingern. Die Zwiebel, mega nice hier. Und man kann die sogar betreten. Man kann die hochgehen und ihr seht, wie hoch das einfach ist. Wenn man, wir könnten mal, wir könnten mal hochschauen. Hier mal hochgehen. Hier mal schauen. Leute, schaut mal bei so einer Todesgabel, wie das aussieht, Leute. Und jetzt gönnt euch nochmal den Moment. Die Todesgabel, die Todesmaschine. Ich bin mega nice, Alter. Warte, warte. Mega nice. Komm mal nochmal schnell nach unten. Dort habe ich noch ein kleines End-on, sage ich mal, schnell gebaut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das heute Elevator bezeichnen kann, aber komm mal einfach schnell nach unten. So schnell du kannst. Okay, Elevator, zeig mal. Ganz, ganz unten. Die Posten hat sich ein bisschen verändert, sage ich mal. Irgendso. Man hat... Man hat die ganze... Man hat die ganze... Und dann hier, kleine Elevator. Ah, Elevator hat er gebaut. Ah, lol. Ja, Leute. Geil, er hat einen Elevator gebaut. Und jetzt machen wir Lama-Glocke hier. Bevor wir sterben hier. Leute, auf jeden Fall mega nice. Wir schauen uns das einfach nochmal neu an, Alter. Nein! Scheiße, ich hätte es nicht machen sollen. Ah, schade. Töte... Äh. Äh, ja. Mega nice, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Todesgabel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.